Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Viele von euch wollen da draußen sicherlich Fußball gucken. Florian Witte, der Podcast-Papa, der heute da ist, natürlich auch. Grüß dich, Flo. Hallo, Kili. Grüße euch, liebe Stammis. Ich frage mich eigentlich, wie man da in diesem Luxusferienresort in Bodrum, wo der Kollege, glaube ich, weilt, darum bin ich hier, wie man da die Europa League verfolgt. Ich bin mir sicher, er wird sie verfolgen. Ich stelle mir das so vor, schön warme Temperaturen. Da sitzt er abends mit ein paar Kollegen an der Bar. FS von Rahn, kleine Raki. Dann gibt es ein FS, schön, ein Raki noch dazu. Und dann wird sich so über Fußball ausgetauscht. So im Badeschlappen. Und Badehose, Badeshorts, Berruda, schön die Schlappen an, luftiges T-Shirt und ein Hemdchen buntes. Und dann sitzt der André Albers da. Das fühle ich. Es sei ihm gegönnt. Schöne Grüße von hier. Und wir starten rein, auch heute noch mal mit Marc-André Ter Stegen und der Situation bei Barcelona. Es gibt ja die letzten Tage sehr viele Berichte, auch der spanischen Kollegen, die wir natürlich hier mit großem Interesse verfolgen. Und wir hatten ja gestern so ein bisschen diskutiert über die Zukunft in der Nationalmannschaft, was das Tor angeht. Und ich hatte schon gesagt, Flo, man muss bedenken, dass Marc-André Ter Stegen an dieser Patella-Szene schon das dritte Mal verletzt ist, da er jetzt wieder operiert wurde. Und ja, in Zukunft gucken muss, wie gut und wie schnell wird er dann überhaupt wieder fit. Und diese Gedanken scheint man sich jetzt auch beim FC Barcelona zu machen. Da soll es gestern ein großes Treffen der Bosse gegeben haben, gemeinsam mit Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Deko, um darüber zu beraten, was man denn jetzt macht, Flo. Auf der einen Seite haben sie da zwei Ersatzkeeper. Inyaki Penner ist da, der kann am Wochenende spielen, beziehungsweise schon heute Abend spielen sie gegen Getafe. Aber ansonsten, ab Winter musst du dir Gedanken machen, wenn es nicht so richtig läuft und man hört aus Barcelona, dass sie da eine neue Nummer 1 für die Zukunft verpflichten wollen, weil sie sich eben nicht sicher sein können, wie und wie stark kommt Marc-André Ter Stegen eigentlich zurück. Kannst du verstehen? Ist ein absolut professionelles Verhalten. Wir müssen ja mal sehen, du hast ja auch zweite Torhüter nicht dafür, dass sie über eine Saison einen ersten Torwart ersetzen. Sprich, spätestens dann hast du ein Problem, dass du eine Nummer 3 auf der Bank hattest, die spielen müsste, wenn sich der dann Stammkeeper verletzt. Von daher professionelles Verhalten. und ich glaube auch, dass man halt sich einfach darauf vorbereiten muss, dass Marc-André Ter Stegen nicht so stark zurückkommt, wie er vorher war, auch wenn wir es ihm anders wünschen und darum schon im Winter den Markt sondiert. Und wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, im Winter möglicherweise eine Nummer 1 der Zukunft schon zu verpflichten, warum soll man das nicht machen? Das ist, glaube ich, kein, ich habe ein bisschen was gelesen in den sozialen Medien, das ist respektlos Marc-André gegenüber. Das ist Profi-Fußball. Kann man so finden, ist aber Profi-Business. Emotional, genau, fühle ich das vielleicht auch ein bisschen, aber das ist Profi-Geschäft und ich bin sehr gespannt, was sie machen. Ich glaube, vereinslos wird es jetzt nicht werden, weil da kriegst du einfach nicht die Qualität. Naja, auf der einen Seite, Flo, ist es ja so, du musst dir jetzt kurzfristig Gedanken machen. Genau, da kannst du aber die Nummer 2, hoffe ich, dass du dir das Vertrauen schenkst und sagst, damit gehen wir in die Winterpause. Das ist ja nun auch kein halbes Jahr mehr hin, sondern ein paar Monate weniger. Und dann wird es spannend, wirklich sehr spannend zu beobachten sein, wie Barcelona auf der Torwartposition auf dem Transfermarkt regiert. Ja, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten die Situation. Kurzfristig werden so Namen wie Keylor Navas oder auch Loris Karius möglich. Vielleicht hat er da Hansi Flick Bock drauf. Und ansonsten Marc-André Testegen hat noch einen Vertrag langfristig bis 2028. Aber wie gesagt, Barca wird sich Gedanken machen und wir beobachten das die nächsten Tage, Wochen und vor allen Dingen Monate weiter. Apropos Testegen und Torhüter, Flo, da sind wir auch ganz schnell bei Manuel Neuer. Der Name wurde ja in der Nachfolge von Testegen, was jetzt die Kurzfristigkeit angeht, ja auch immer wieder diskutiert. Aber jetzt geht es erstmal darum, was macht er eigentlich? Er war ja verletzt raus in der Champions League am Wochenende. In Bremen konnte er kurzfristig nach dem Aufwärmen auch nicht eingesetzt werden. Und am Wochenende steht der große Ligaknaller der Bayern zu Hause gegen Leverkusen an. Was ist also mit Manuel Neuer und zwei, drei andere Fragen, gibt es auch noch. Und an der Stelle haben wir ein Update von Heiko Niederer, unserem Bayern-Reporter, der noch mal ein bisschen über das Oktoberfest erzählt. Aber vor allen Dingen, was denn so bei Manuel Neuer und Vincent Kompagny abgeht. Servus Kili aus München. Ja, bei den Bayern ist Topspielwoche. Alle fiebern natürlich auf den Kracher am Samstag hin gegen Meister Leverkusen. Da merkt man schon, dass bei den Bayern die Anspannung so langsam ein bisschen steigt. Am Wochenende stieg ja noch die traditionelle Oktoberfest-Party, wo die Spieler und die Mannschaft und alle Verantwortlichen zusammen gemeinsam gefeiert haben. Einige Spieler sogar noch etwas länger als der offizielle Teil. Also da durften die Spieler dann auch mal ein bisschen feiern und Gas geben. Ab Montag wurde dann wieder trainiert. Und ja, die große Frage, sportlich auf jeden Fall, ist Manuel Neuer wieder dabei gegen Leverkusen? Gestern stand er noch nicht auf dem Platz, hat noch individuell trainiert, war aber im Kraftraum auf dem Fahrrad und hat da ein bisschen regeneratives Training gemacht. Also ich denke immer noch, es sieht ganz gut aus für das Spiel am Samstag gegen Leverkusen. Da will er natürlich unbedingt dabei sein und im Tor stehen. Ansonsten ist natürlich die spannende Frage, wie spielen die Bayern? Gerade Neuzugang Joao Palinha ist ja bisher noch nicht so richtig zum Zug gekommen. Der defensive Mittelfeldspieler ist ja so die Holding Six, also diese defensive Variante, die Bayern unbedingt haben wollte. Bisher hat er da noch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Eigentlich nur ein Spiel von Anfang an gemacht. Und die große Frage natürlich gerade jetzt gegen Leverkusen, ist das vielleicht ein Spiel für Palinha, wo seine Fähigkeiten besonders gebraucht werden, gegen die starke Offensive der Leverkusener? Oder spielt doch wieder Pavlovic neben Igozua Kimmich? Der junge Münchner hat das natürlich sehr, sehr gut gemacht in den letzten Spielen, ist einer der Shootingstars aktuell. Und von daher könnte es auch gut sein, dass Vincent Kompany sagt, da reiße ich dieses Duo nicht auseinander. Das hat so gut funktioniert bisher. Die bleiben. Also von daher, das ist die spannende P-Frage, Pavlovic oder Palinha. Ja, ansonsten wird die Elf im großen Teil eigentlich stehen. Ich glaube nicht, dass Vincent Kompany da so viel ändern wird im Vergleich zu den letzten Spielen. Also er wird jetzt nicht ausgerechnet gegen Leverkusen die ganz große Rotation starten. Aber es ist natürlich sauspannend, weil das ist das erste richtige Top-Spiel. Und da wird natürlich eine Top-Elf auf dem Platz stehen. Also das ist dann auch ein bisschen ein Fingerzeig für die Spieler, wo sie dann momentan stehen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es dann am Samstag aussieht. Schau erstmal aus München. Flo, was würdest du denn machen mit Palinha? Nimmst du jetzt den guten, richtig gut agierenden Pavlovic, der sogar mittlerweile von Harry Kane himself gelobt wird, raus? Oder bringst du den Mann, der dich 50 Millionen ärmer gemacht hat im Sommer und ja eigentlich allein deshalb schon eine Berechtigung hat zu spielen? Genau, er hat allein deshalb eine Berechtigung, weil das so ein ungeschriebenes Fußballgesetz ist und weil man natürlich nicht so viel Geld für jemanden ausgibt, auf den man ja auch irgendwie ein Jahr wartet und ihn dann in so einem Spiel nicht spielen lässt. Ich glaube, ich persönlich mit meinem beschränkten Fußball-Sachverstand würde sagen, dass ich mit einem Palinha gegen Leverkusen aufgrund des Spiels, was da zu erwarten ist, möglicherweise ein bisschen besseres Gefühl habe. Weil die Offensive von Leverkusen so stark ist. Weil die Offensive von Leverkusen so stark ist. Da so eine klassische Holding Six, hat man wahrscheinlich ein besseres Gefühl mit. Auf der anderen Seite mit dem Selbstbewusstsein, was Bayern München hat und ein Pavlovic, wo man sagt, der ist unsere große Zukunft, unsere Kronjuwelen im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld. Würde ich sagen, warum den nicht auf dieser Bühne loslassen? Weil das sind Spiele, da kann so ein Pavlovic in so einem Spiel mehr wachsen, als in einer kompletten Hinrunde manchmal. Ja. Von daher ganz, ganz schwierig. Wenn ich Kompanie jetzt nach den Spieltagen, die ich ihn kennengelernt habe und seine Arbeit beurteilen durfte, einschätzen müsste, würde ich sagen, er geht jetzt doch mit Palinja. Aber man steckt da nicht drin. Als jemand, der deutsche Juwelen natürlich immer gerne spielen sehen möchte, sage ich sofort, lass den Pavlovic los. Aber als jemand, der jetzt den Fußball beobachtet als Journalist, auch aus einem Kommunikationsblickwinkel heraus, sage ich, du musst schon fast eigentlich Palinja spielen lassen. Weil du hast immer groß tituliert, das ist unser Abräumer, unser Wegbeißer. Der kommt, wenn die ganz harten Brocken in der Champions League oder auch in der Bundesliga kommen. Das ist Bayer Leverkusen, die mit einer richtig geilen Offensive anmarschiert kommen. Und dann musst du ihn bringen. Ansonsten hätte sie ihn auch nicht holen brauchen. Sage ich dir, wie es ist. Genau, also jetzt zu sagen, wir warten erst bis zur K.O.-Runde der Champions League. Nee, das ist ein Spiel, das wird ganz viel über die Stimmung entscheiden. Da sind wir uns ja auch einig. Hundertprozentig. Und man möge sich nur mal vorstellen, die Bayern gewinnen dieses Spiel, was ich irgendwie mittlerweile erwarte. Sie haben 29 Tore in sechs Spielen gemacht. Also wenn nicht ein Wunder passiert, dann gewinnen die das 1-2, vielleicht auch mal 3-0 gegen Leverkusen und rächen sich so ein bisschen für letztes Jahr. Haben aber auch das erste Mal, Kili, das muss man sagen, bei all dem, ich will Bayerns Saisonstart gar nicht schlecht reden. Also wirklich nicht. Haben aber das erste Mal einen Gegner, also dieses Niveau, was Leverkusen hat, hatten die Bayern vorher noch nicht mal im Ansatz gegengespielt. Noch nicht mal im Ansatz. Wir wissen noch nicht, wie diese aktuelle Bayern-Mannschaft auf diesem Niveau funktionieren wird. Hundertprozentig. Und es kann dann ganz schnell, und das wollte ich noch vollenden, kann dann ganz schnell dazu führen, egal ob du gewinnst oder verlierst, die Palinja-Frage wird kommen. Wenn du gewinnst mit ihm, super. Und wenn du verlierst ohne ihn, ja, dann kommt die Frage, warum hast du ihn nicht aufgestellt? Und dann ist immer dieser fade Beigeschmack. Also sie können sich relativ schnell jetzt dieses Palinja-Fass aufmachen, wenn es nicht gut moderiert wird. Und dann lass uns an der Stelle zu einem anderen Top-Klub aus der Bundesliga kommen, nämlich RB Leipzig. Wir haben ja, und das auch zu Recht in den letzten Tagen, den Saisonstart des BVB kritisiert und uns damit sehr auseinandergesetzt. Aber auch bei RB darf man nach der schwachen letzten Woche zwei Unentschieden, eine Pleite mal etwas kritischer hinterfragen, was denn da los ist. Ja, acht Punkte aus vier Ligaspielen sind alles nicht so schlecht und kein Beinbruch, aber zwei Nullnummern floh gegen Union. Und bei Pauli sind, glaube ich, nicht der Anspruch von RB. Und es waren einige Mängel, die man da erkennen konnte in dem Spiel von RB. Und da habe ich mal bei Stan Hornig nachgefragt, was denn die Mängel überhaupt so richtig sind und woran in Leipzig jetzt gearbeitet werden muss. Hallo Kili. Ja, RB Leipzig ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Nach zuletzt zwei Nullnummern in Folge ist die Stimmung trotzdem nicht die beste. Nach vier Spielen haben die Sachsen schon vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern. In dieser Woche hat Trainer Marco Rose deshalb viel zu tun und versucht, dem Negativ-Trend entgegenzusteuern. In der Bild heute haben wir mal vier Mängel aufgeführt, die es bis Samstag gilt, gegen Augsburg abzustellen. Zum einen das Spiel nach vorn. Vier Tore in vier Spielen sind eindeutig zu wenig. Nur Bochum mit drei und St. Pauli mit einem Treffer sind harmloser. Trotz der nahezu zusammengebliebenen Abteilung Attacke wirkt das Zusammenspiel vorne holprig. Was auch dazu führt, dass die Offensivstars schwächeln. Sowohl Xavi Simons als auch die Topstürmer Luis Openda und Benjamin Seschko laufen ihrer Topform hinterher. Bei ihrem noch jungen Alter nichts Ungewöhnliches, aber für ihren Anspruch eindeutig zu wenig. Allerdings, ein Punkt ist aktuell auch die Mentalität. Denn diese Gier, wie sie RB beim 3-2 beim Meister Leverkusen an den Tag legte, scheint gegen vermeintlich einfachere Gegner verschwunden zu sein. Passend dazu sagte Josef Pausen nach dem Spiel in Hamburg auch zu mir, man muss auch mal kratzen, beißen und spucken und das Tor unbedingt machen wollen. Samstag gegen Augsburg wäre auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt dafür. Flo, diesen Gier-Punkt, den finde ich ganz interessant, weil Gier, darüber hatten wir beide schon in der letzten Woche gesprochen. Bei den Bayern siehst du es total, die wollen auch richtig drüberfahren, wenn die schon 1-2-0 führen. Und Harry Kane hat es auch nochmal bestätigt am Wochenende, der Trainer will, dass wir immer weiter Gas geben, bis der Gegner gar keine Antwort mehr hat. Und dann gewinnen sie im Zweifel mal 5, 6 oder mit 7 Toren Unterschied. Bei RB scheint das gerade gegen die kleineren Gegner irgendwie nicht so richtig zu sein. Ja, das wundert mich. Liegt das vielleicht auch an dem jungen Alter der Mannschaft? Ja, ich wüsste nicht, warum junge Spieler weniger gierig sein sollen als alte Spieler, eher ja das Gegenteil. Was ich so ein bisschen, was man ja sagen kann, ist, dass tendenziell junge Mannschaften keine Meisterschaften gewinnen. Und du hast jetzt gesagt, das ist kein Beinbruch, 8 Punkte aus 4 Spielen. Aber das ist halt auf gar keinen Fall die Bilanz einer Mannschaft, die Meisterschaften gewinnt. Das muss man sagen. Und wir haben sie, ich habe sie auch fast ganz vorne gesehen. André Albers sieht sie ganz vorne. André Albers sieht sie ganz vorne und man kann diesen Case machen von der Qualität her. Nur im Moment ist es halt so, dass die Mannschaft diese Qualität nicht abruft. Und als Meisterschaftskandidat darfst du dir halt Nullnummern gegen St. Pauli und Union, bei allen Respekt vor dem, nicht erlauben. Simmons ist eine Sache, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob das für den alles ein bisschen zu viel war. Der Sommer, die EM, die er ja auch nicht so überragend gespielt hat. Die ganzen Gerüchte, das war alles so, ich hoffe, dass der Junge da aus dem Loch schnell wieder rauskommt. Denn mit dem Simmons in seiner Topform sind wir uns auch einig, das hebt diese Mannschaft noch mal mindestens eine halbe Stufe höher. Und mit dem Simmons in Topform bin ich mir nicht sicher, ob sich Union und St. Pauli da auch über Punkte freuen dürfen. Am Wochenende kommt der FC Augsburg nach Leipzig. Unangenehm, aber da sage ich dir klipp und klar, wenn sie das dritte Mal in Folge unentschieden spielen oder das Spiel sogar verlieren, dann haben wir eine handfeste Krise in Leipzig. Ja, auf jeden Fall. Da muss man sagen, das ist halt, RB Leipzig muss sich auch an den Ansprüchen messen lassen, an denen wir die anderen Titelkandidaten messen. Und für mich persönlich, für mich ganz persönlich, weil ich sie vor denen sehe, lege ich sogar noch höhere Maßstäbe an als bei Dortmund. So, dann kommen wir zur Europa League. Heute und morgen wird im zweiten europäischen Wettbewerb dann auch mal losgekickt. Heute im Einsatz aus deutscher Sicht die TSG Hoffenheim um 21 Uhr zu sehen bei den Kollegen von RTL, sogar im Free-TV. Die spielen in Dänemark bei Mietjeland. Hoffenheim ja drei Pleiten in Folge. Vier Bosse mussten im Sommer gehen, weil Hopp unzufrieden war mit der Entwicklung. Sie haben sehr viel Geld ausgegeben, 51 Millionen. Das alles hat noch nicht so richtig gefruchtet. Und ich sage, Obacht, Mietjeland, amtierender Meister in Dänemark, unter anderem Kevin Mbabu spielt da Flo. Das ist kein Selbstläufer. Also zwei Sachen dazu. Einmal, die haben einen Marktwert von 63 Millionen rund im Kader. Das ist wirklich, da haben viele Zweitligisten mehr. Wirklich. Und was mir dabei einfällt ist, ich wusste immer nie, wo das liegt. Die machen ja seit Jahren gute Arbeit, das muss man sagen. Und im Sommer, Anfang des Sommers, Anfang Juni bin ich zum Angeln nach Norwegen gefahren. Und da fährt man mit einer Fähre von Hürthals, was ganz im Norden Dänemarks ist, mit einem Auto von Berlin da hingefahren. Und Mietjeland ist mitten in Dänemark. Und das ist der Punkt, wo die Autofahrt zäh wird, weil da ist nichts. Du fährst nur, also links und rechts, grüne Wiesen. Aber sie spielen in Herning. Also du musst nicht nach Mietjeland fahren. Genau, aber die Region heißt so. Und das ist wirklich, da habe ich gedacht, ach hier ist das, ja. Und ich habe gesucht, ist hier irgendwie Lebenszeichen, was anderes als Wiesen. Kleiner Spaß, ich glaube bei Hoffenheim, bei allem Respekt vor der Arbeit, die da in Dänemark gemacht wird. Und bei allem, was man sagen muss, dass Hoffenheim so ein bisschen Schalke 04 als großer Chaos-Klub-Konkurrenz gemacht hat. Da muss ein Sieg her. Also sonst brauchst du in der Europa League nicht antreten. Ja, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn wir jetzt sagen würden. Ich glaube es nicht. Ich glaube, die spielen unentschieden übrigens. Wenn die jetzt sagen würden, ja, die TSG Hoffenheim spielt beim FC Kopenhagen, dann würde sie sagen, oh, da ist aber nicht unbedingt ein Sieg, fliegt. Aber Mietjeland ist amtierender Meister in Dänemark. Sie sind Tabellenführer. Sie haben sechs Liga, drei Unentschieden. Klingt aber ungefähr so sexy, wie die Region des Leagues. Also das aussieht. Aber das ist teilweise die Europa League und in der Conference League wird es noch viel schlimmer sein. Ansonsten gibt es aber trotzdem viele geile Clubs, die es zu beobachten gilt in der Europa League, wie Man United, Nizza mit Moukoku, Fenerbahce, Ars Rom mit Hummels, Ajax und Besiktas spielen gleich Donnerstag. Tottenham. Tottenham dabei. Das schmeckt schon eher nach Champions League im Übrigen als einige Champions League Spiele. Teilweise ja, teilweise auch nicht. Wie zum Beispiel Ajax gegen Besiktas könnten... Das schmeckt nach Champions League für mich, ganz klar. ...seien am Donnerstag. Morgen dann auch noch Eintracht Frankfurt zu Hause, unser zweiter deutscher Vertreter gegen Pilsen. Und dann haben wir noch zum Schluss dieser Episode eine News aus dem Bereich TV-Knaller, Rechtevergabe. Flo, kannst du die Hörer da ein bisschen näher aufklären? Ging ja um diesen Streit zwischen DFL und The Zone. Die Rechte werden ja ab der Saison 25, 26, also nach dieser Saison neu vergeben, waren schon lange ausgeschrieben. Und konkret geht es da um das rechte Paket B. Das umfasst die Live-Spiele vom Freitagabend und vom Samstag. Und da hatte Sky den Zuschlag bekommen. Und The Zone hatte dagegen geklagt, weil sie gesagt haben, wir haben aber mehr Geld geboten. Und laut Ausschreibungskriterien muss dann jemand, der mehr Geld geboten hat, das auch bekommen. Die DFL wollte das nicht so ganz einsehen, das ging von Schiedsgericht und jetzt hat The Zone auf ganzer Linie Recht bekommen. Also ein Sieg erster Klasse. Das bedeutet aber nicht, dass The Zone jetzt die Spiele zeigen wird. Denn die DFL muss jetzt dieses gesamte Rechte-Paket neu ausschreiben. Es gibt eine komplett neue Ausschreibung für dieses Rechte-Paket B-Spiele am Freitag und am Samstag plus Relegation. Einfach zusammengefasst. Das heißt, Fans wissen jetzt immer noch nicht, wann sie nächstes Jahr, wo sie nächstes Jahr Bundesliga sehen können. Die Zeit läuft einem davon. Und die Clubs wissen auch nicht, mit wie viel Geld sie planen können. Im März ist Lizenzverfahren. Das ist auch ganz entscheidend, genau. Niemand kann da eintragen, Stand jetzt, wie viel Geld es gibt. Weil es natürlich abhängig davon ist, wie viel es bei dieser, es ist ja eine Art Versteigerung, auch wenn sie im Geheimen stattfindet, wie viel Geld dabei rumkommt. Also im Moment noch eher eine Situation für Feinschmecker, die aber sehr schnell relevant werden könnte für die Fußballfans. Deshalb wollten wir euch das natürlich auf keinen Fall vorenthalten. Und damit Deckel drauf. Wir hören uns morgen wieder, dann mit Van Helsing und mir. Wir sprechen da viel über die Europa League, hundertprozentig. Deckel drauf für heute. Genießt euer Bergfest. Bis morgen. Ciao, ciao. Deckel drauf und schöne Grüße nochmal in die Türkei. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.